Hallo Leute, ich bin es der Pascal, der Forest Walker und ich bin gerade unterwegs zu den drei Zinnen in den Dolomiten und wenn du Lust drauf hast mein kleines Abenteuer zu verfolgen, dann bleib einfach dran. Musik 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 so zeitlich ist es jetzt schon ziemlich spät geworden ich habe mich ganz schön ein bisschen verschätzt mit der zeit durch das ganze fotografieren stehen bleiben filmen natürlich jetzt wesentlich später geworden langsam geht auch die sonne unter hier vorne geht es jetzt irgendwo noch in eine charte rein ich bin jetzt auf 1700 meter bin circa neun kilometer gewandert nur bergauf und ich meld mich später noch mal so hi leider habe ich den aufstieg jetzt nicht mehr gepackt heute abend die sonne ist untergegangen ich stecke irgendwie noch in der charte fest schon überall dunkel ich habe jetzt hier so einen platz gefunden an so einer bank ich koche mir jetzt noch gerade was was gibt es leckeres hast du hast du mit oliven so hier esse ich jetzt und dann lege ich mich hier schlafen und morgen früh geht es ziemlich früh weiter ich denke mal dass ich meinen wecker so auf vier fünf uhr stelle und dann starte ich los also bis dann ja guten morgen leute wir haben gerade halb drei uhr morgens und ich bin gerade aufgestanden ich habe relativ gut geschlafen hier ist mein kleines camp jetzt bin ich gerade am abbauen hier habe ich geschlafen jetzt noch die bank mit meinem rucksack mein kocher jetzt packe ich alles zusammen und dann geht es auch schon weiter richtung drei zinnen ja irgendwie habe ich lust und laune los zu gehen also auf geht's so inzwischen habe ich alles zusammen gepackt alles ganz leise hier der einzige verrückte der im moment hier unterwegs ist ja aber es macht echt spaß der weg hier schon toll zeige euch hier mal ein bisschen natürlich richtig aufpassen wo man jetzt im moment hintritt so jetzt habe ich hier einen richtig geilen spot gefunden und zwar ich zeige es euch mal hier ist so ein dicker felsbrocken im hintergrund das könnt ihr jetzt leider nicht sehen oben der mond ja und noch ein paar große felsen zu sehen und ich habe hier die kamera aufgebaut schaut mal her hier steht die kamera für die die interesse an den einstellungen haben manueller modus belichtungszeit zweieinhalb sekunden bände vier und iso 2500 selbstauslöser auf zehn sekunden und dann habe ich mich mit der kopflampe mit der kopflampe habe ich mich dann hier vorne auf den felsen drauf gestellt ja hier den felsen und ja die bilder blende ich euch gleich mal ein so ich muss mich gerade noch mal zurück melden ich habe gerade noch mal ein paar aufnahmen gemacht und der spot hier ist so super gut ich zeige euch mal gerade ein foto so richtig erkennt man es nicht aber mega mega gut gleiche einstellungen wie eben hier ist das licht trotzdem ein bisschen anders hier das mond licht nicht von vorne kommt sondern von hinten das kommt richtig gut inzwischen bin ich über 2200 meter und äh ja kalt die sau wir haben jetzt mal schauen wir gerade halb sechs so gegen sieben geht die sonne auf es dürfte jetzt auch bald oben sein ja kalt die sau hier und äh ja trotzdem finde ich hier einen geilen fotosport nach dem anderen schaut mal gerade hier super genial hier vorne mit dieser stufe ich gehe mal hin hier diese stufe habe ich mit ins bild reingebaut und ich stehe dann mit der kopflampe obendrauf ich blende es euch mal gerade ein leite ich habe es geschafft wir sind jetzt auf knapp 2500 meter ich habe die 13 erreicht wie geschweinekalt hier der wind blöst zum glück ist bald zum aufgang die ersten fotos habe ich auch schon gerade gemacht das zeig es euch schon gerade auf der kamera die drei zinnen und dann so So, langsam geht die Sonne auf und ich muss gleich auch wieder an die Kamera, wo ein paar Bilder zu fotografieren vom Sonnenaufgang. So, ich habe gerade eben eine wunderschöne Komposition bezüglich des Fotos mit den drei Zinnen gefunden. Ich zeige euch das mal gerade. So, ja, habe ich hier hinten die drei Zinnen und habe ich hier vorne noch den Stein. Den nehme ich auch noch mit aufs Bild drauf. So sieht das aus. Hier oben dann die drei Zinnen. Oberen Drittel die drei Zinnen. Hier unten in dem Schnittpunkt. Noch den Stein. Sieht richtig gut aus. Ine praten? Hier unten. Hier unten in der Hand. Wuiere jemanden. Hier unten in sich. Hier ist die Vastre. Hier unten in ein Haus. Hier unten. Hier unten. Hier unten. Hier unten ist das. so fotos sind alle im kasten jetzt bin ich beim abstieg dann hoffe ich dass ich in drei stunden oder so am auto bin dann geht es weiter aber jetzt erstmal zurück nach vorne kommt auch gleich die brücke wo ich heute nacht oder heute morgen noch ein paar fotos gemacht habe so auf gehts abstieg Tempo fachet ich halte mich auf der Auge Und von da unten bin ich hochgekommen. So, ich bin immer noch beim Abstieg, der Abstieg geht zwar schneller, ist aber nicht weniger anstrengend wie der Aufstieg, das geht ganz schön in die Oberschenkel, die Beine, ja, mal schauen wie lange ich noch vor. Das war's für heute. Musik So, ich habe es geschafft. Ich bin zurück an meinem Auto. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt als allererstes hier meine ganze Ausrüstung mal wieder etwas richten. Danach geht es für mich dann weiter nach Garmisch-Partenkirchen. Und dort werde ich dann auch nochmal die ein oder andere Tour unternehmen. Und wenn ihr weiter dabei bleiben wollt, dann bleibt dran. Das nächste Video kommt bestimmt. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.